Wie sieht eigentlich unsere Welt ohne Autos aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Künstler Ohlsen und er gibt uns auch eine Antwort in Form einer App, die uns erlaubt, im Außenraum Autos aus dem virtuellen Bild herausrechnen zu lassen. Und so ergeben sich ganz neue Orte, ganz neue Flächen, ein ganz neues Stadtgefühl von Orten. Und hier am Beispiel Villingen-Schwenningen kann man das in unserer Ausstellung einmal miterleben.